Die Welt scheint von Tag zu Tag unsicherer zu werden. Wir sind erfüllt von Zweifeln und Ängsten, Gefahr droht vor unserer Haustür. Aber wenn wir Schutz und Stärke suchen, können wir immer Erzengel Michael anrufen. Erzengel Michael ist der mächtige Beschützer der Menschheit. Man glaubt, dass er der Anführer und Kapitän aller Engel ist. Er hat die Engel Gottes in den Kampf geführt und dabei seine Liebe und Sorge für die Menschen gezeigt. Er bringt denen, die zu ihm beten und ihn anrufen, oft Trost und Ermutigung. Wenn wir langsam von all der Negativität, den Ängsten und Zweifeln überwältigt werden, wenn wir uns unsicher und ungesichert fühlen, wird Erzengel Michael uns helfen, diese Gefühle umzukehren. Hier ist ein kurzes Gebet, das sie verwenden können, um Erzengel Michael um Schutz und Führung zu bitten. O gesegneter und geliebter Erzengel Michael, ich bitte heute zu dir, dass du mich mit deiner Liebe und deinem Licht beschenkst. Ich danke dir, dass du in meinen schwersten Zeiten immer für mich da bist. Danke, dass du trotz meiner Unvollkommenheit bei mir bleibst. Ich danke dir für die Liebe, die du mir treu erwiesen hast. Aber alles ist unsicherer geworden als je zuvor. Die Welt scheint nicht in der Lage zu sein, sich aus ihren Widrigkeiten zu befreien. Ich spüre meine Ängste und Zweifel, die mich übermannen. Ich spüre die Gefahr, die in den Schatten lauert, ich sehe sie in der Natur, ich sehe sie von Menschen, auch wenn ich es nicht will. Ich fühle mich unsicher. O Erzengel Michael, ich wende mich an dich, weil ich weiß, dass du derjenige bist, der mir helfen kann. Ich bete, dass du mir mehr Kraft für die täglichen Herausforderungen des Lebens gibst. Bitte hilf mir, mutiger zu werden, damit ich mich all meinen Ängsten und Ungewissheiten stellen kann. Ich bete um deine Führung, damit ich alle meine Zweifel und Sorgen loslassen kann. Bitte leuchte mir dein Licht, damit ich meinen Weg inmitten des Chaos der physischen Welt finden kann. O Erzengel Michael, großer und heiliger Engel des Schutzes, du bist denen, die deinen Namen anrufen, immer treu gewesen. Beschütze mich, meine Familie, meine Freunde und jeden, der Umführung bittet. Die Zukunft mag heute düster sein, aber ich weiß, dass du die Welt weiterhin mit deiner Liebe überschütten wirst. Erhöre meine Gebete, O Engel, und heile meinen Geist. Amen Spüre die Wärme von Erzengel Michael, der dich in seinen heiligen Schutz einhüllt. Genieße seinen Trost und seine Liebe. Schöpfen sie aus seiner Kraft und seiner mächtigen Energie des Schutzes. Wisse, dass er jedes Mal, wenn du betest und ihn anrufst, bei dir sein wird, um dich zu ermutigen und dich bei jedem Schritt auf deinem Weg zu unterstützen. Wisse, dass er jedes Mal, wenn du betest und ihn anrufst, bei dir sein wird, um dich zu ermutigen und dich bei jedem Schritt auf deinem Weg zu unterstützen. Wisse, dass er jedes Mal, wenn du betest und ihn anrufst, bei dir sein wird, um dich bei jedem Schritt auf deinem Weg zu unterstützen.